Hallo Leute und herzlich willkommen bei Castle Crashers und das kackende Eule, Alter. Mein Gott, komm mal lass dich überspringen kommen. Aber es ist auch ganz schön schwer jetzt geworden auf einmal. Es ist wirklich schwer geworden. Überraschend schwer. Meins? Wie er einfach immer schneller ist. Ja, bei Geld seh ich nichts. Bei Geld ist er ganz groß dabei einfach. Das gibt's doch nicht. Meine Güte, meine Güte. Wer hat's noch nicht? Wer will noch? Alter, das ist schwierig, Alter. Sprecher werden, oder? Ja, ja. So mit Losen und so. What the fuck, wie kann ich denn jetzt schon wieder tot sein? Echt jetzt? Das gibt es nicht. Warte, ich reanimiere. Wie viel Schaden machen die eigentlichen? 60 Schaden einfach mal mit einem Pfeil. Da braucht man sich nicht zu wundern. Digga. Hallo? Was geht? Das ist total krass, oder? Naja, Gott, das ist normal. Hat er grad das Hütchen aufgesammelt? Ich hab das bezüglich. Aha. Rennt in der Hölle. In der Hölle. Hallo? Hallo? Digga. What the fuck? Das seh ich nicht. Das seh ich mit krummen Augen hier. Alter, das ist echt schwierig geworden. Wieso breiten wir jetzt mal ein Mikrofon hier so ab, Alter? Bleib mal da, wo du bist, ey. Okay. Ja. So. Ich würd sagen, das ist erstmal der letzte Versuch für heute, oder so. Ich weiß ja nicht, wie lange wir noch brauchen. Eigentlich nicht. Mehr. Machst du eigentlich nicht mehr. Du meinst das jetzt der letzte? Ja. Ich würd nicht so ne große Klasse haben. Meine Githuber, spring das doch bitte. Ich muss gleich noch ein bisschen Daisy spielen. Achja, Daisy? Standalone? Standalone, ja. Nice. Ich wüsste gar nicht, dass du das spielst. Doch, mein Freund. Ich spiele so etwas. Nein, ich hab's mir mal gegönnt. Ge-Gönnt, Alter. Am ersten Weihnachtstag. Ge-Gönnt. Erst am ersten Weihnachtstag, glaube ich. Hab ich mir erst gegönnt. Ge-Gönnt. Hab ich mir gedacht, komm. Komm, jetzt schnell sie mal weg hier. 25 Euro, bevor es nachher 60 oder 50. Aber, na gut. Es kostet jetzt immer noch 25 Euro. Momentan hab ich auch nicht das Geld dafür. Solltest du es hier holen? Ja, würd ich machen. Echt? Für so welche Spiele bist du zu haben? Da musst du taktisch denken. Zombie, Post-Apokalyptik, immer. Echt? Ja. Alter, das ist ja... Aber das ist schwierig, ne? Guck dir das hier an! Da musst du taktisch denken. Guck dir das hier an! Da musst du nicht taktisch denken. Naja, stimmt. Komm, dann schnapp ich die jetzt weg hier. Pille-Palle. Ey, ich wollte das nicht so... Ja, danke, Spiel. Fick dich! Der kann doch nicht! Fick dich! Und Halsmaul! Onkel Ficka! Ey, wir sind hier nicht in Schausfach. Es ist mir scheißegal. Und auch nicht im Film. Hallo! Das! Meine Güte! Könnt ihr euch nicht einfach verpissen? Das macht echt keinen Spaß mehr mit euch hier. Warte mal! Oh mein nein! Wie ist das möglich, Digga? Hast du nicht keine Health-Potion mehr? Ja, es ist okay, Spiel. Lass mich einfach nicht auf... Ja! Ja, leck. Leck, 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 leck. Die Brutzelwander ist mal wieder runter. Ich raff es nicht, Digga. Mach's bei dem Spiel falsch. Ich glaube nicht. Ja, es ist okay. Ich glaube, das war eine falsche Entscheidung, das hier nochmal durchzuspielen. Wir hätten das einmal noch normal durchzuspielen. Ja! Tja, jetzt ist die Herausforderung dann, ne? Vielleicht überspringen wir dann das Level auch einfach. Also theoretisch, wir nehmen es nicht auf. Wir ärgern uns einfach zu Tode. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Ich hab's doch gleich. Ich hab's doch gleich! Nein! Stirb doch, einfach! Alter! Spring! Nein! Ja! Meil ich ja, ne? Da gibt der mir schon... Ja! Digga! Mach fast voll bist du da. Du hast ja nur 200 Leben, was gibt... Na... ... 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 Ne, jetzt musst du das mal noch verhalunken, ja. Ich war ja pinke. Und ich muss sagen, es war erfuscht. Ich wollte nur das Dereen fachwechseln. Ich vor euch wird gleich total auslistan. Ich hab keine Dränke mehr. Dränke. Das heißt, wir werden jetzt eh verkacken und dann war's das für heute. Nein, wir werden jetzt nicht verkacken. immer noch als 6 Minuten, wir können jetzt nicht verkanten komm hier hinten in die Ecke nein ich hab hier meinen einzelnen Paderwan so guck dir das an so muss das ja so muss das ich würde immer sterben ich hab auch keine Tränke oh mein Gott oh ja ich überlege gerade ob das Schwert mit der Verteidigung nicht besser wäre für deine Nerven oder für das Spiel für das Spiel, für beides oh mein Gott ich hab's geschafft ich werde schon genervt ich hab jetzt gesagt 10 Minuten noch dann muss ich leider in der sie in der sie ja 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 guck mal die sind doch schon viel einfacher alter eins nach dem anderen hier erst mal xp aufsammeln erst mal xp aufsammeln, seit wann kann man xp aufsammeln? ey geld aufsammeln ey geld aufsammeln alter xp aufsammeln ich bin spiegel spiel xp aufsammeln hier muss man noch hinter kommen das gibt es aber nicht vielleicht mal gegen hauen? willst du mal die Waffe hier nehmen? die hat plus 7 Schaden oder plus 5? ne ich bleib bei meiner ich wollte nur wissen was da da tut ja nimm die mal das Stückchen da frag mich gerade warum die Kacke vorne rauskommt ich auch aber ich weiß gerade ernst das läuft wahrscheinlich einfach über guck ich sag da da hau ihn kaputt da kriegt man achieve ach ne haben wir ja schon mal geschafft oder? doch glaub schon nein nein das gibts doch nicht nein naja wir werden wahrscheinlich eh nochmal oft hier durchkommen davon mal abgesehen aber erst in den nächsten Tagen ja erst in den nächsten Tagen meine Güte fresse fresse ja 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 great job richtig kannst du heute abend nochmal schön Ghost spielen weil das heute abend ja ausläuft ne danke hast du schon wieder deinstalliert? nö echt nicht? nein welches Level bist geworden? null echt? ich hab das nicht mal ein Level gespielt? ich hab zweimal gespielt oder was? oh mein Gott das ist der Grund warum du in Flappy wird verkackt das schlimmste ist ja dass es am PC so schlecht programmiert ist dass es eigentlich unspielbar ist aha nur weil du auf der Konsole äh Dings hast, Auto-Aim hast nein es geht nicht darum es geht einfach um das laggen ich habe ne 4,1 Gigahertz CPU und ne 2 1,2 Gigahertz Grafikkarte hast du den AMD? ja ja ich werd mal überlegen ob ich mir den auch hol weil der ist billig der kostet nur 90 Euro oder so ähm ich glaube nicht doch mein Freund hat den letzten zu 90 gekriegt der hat 200 gekostet der hat 200 gekostet die CPU rate mal leckt mich du bist auf jeden Fall nicht tot versuch das jetzt alleine alter es ist alleine ja so gut wie schaffbar wenn du einfach oben bleiben könntest und alle wegschlagen könntest mach ich doch ja so ja guck dir das an ja ok ab und zu muss man auch mal absteigen vom oben raus ne absteigen Digga was ist da los alter oh mein Gott vor allem wo kommen die alle her ja ich frag mich grad was anderes hier du bist lebendig oder? was nein jetzt ttttttt ich bin dort schaffbar oh gibst du den Spast einfach Digga Digga ich nehm ach hier ist Geschwindigkeit und wo so ein Scheiß kann ich eigentlich ah jetzt hab ich nochmal nein stopp wir probieren jetzt nochmal was aus Moment was möchtest du zurück zu Spiel verlassen ja pass auf wir sind einfach tot umgehen kid alle andere Spiele haben das Spiel verlassen das hat niemand gesehen ey du kannst du mal ein Spiel hosten? willst du mich verarschen? bei meinem Internet? das funktioniert schon ich glaube das ist nicht davon abhängig Spiel anlegen Sichtbarkeit öffentlich Spiel anlegen ähm kann ich denn jemanden einladen? ach da einladung einladung ich wird warten Okay, ich bin beigetreten. What the fuck? Was denn? Das ist einfach episch. Einfach episch. Ich will jetzt blau nehmen. Was ist das? Digga. Was ist das? Ich hab doch hier Level 23. Nimmst du überhaupt noch auf? Ja, ich nehm noch auf. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Du musst orange nehmen. Ich muss orange nehmen. Wo ist ein orange? Was möchtest du? Das ist normal, oder? Ach so, ja. Stimmt, ja, aber ja. Ja, gleich Karte! Die Musik ist episch. Wenn das nämlich funktioniert, habe ich nämlich einen Schwertkämpfer gut ausgebildeten. Das ist mir nämlich lieber. Das ist mal ein Cheat. Okay. Warte, zurück zur Character. So. Ja. Du guckst auf deine Statistik an. Das funktioniert. Anstatt seiner Statistik? Dann gehen wir halt nochmal raus. Zurück zur Karte. Ja. Okay. Ja, die Statistik an. Ja, läuft bei dir. Digga, damit könnte das etwas leichter gehen. Ja. Etwas. Das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Juhu. Juhu. Bis dahin. Meine Maus ist weg. Tschüss. Oh, tschüss.